Altern ist Leben für Fortgeschrittene. Die Zeit löst sich auf im ewigen Jetzt. Wenn ich im Jetzt lebe, bin ich alterlos. Und jeder Augenblick ist der schönste meines Lebens. Und alles ist eine Chance zum Besseren. Ich praktiziere ständig die Kunst des Genießens. Nichts ist es wert, einen Konflikt daraus zu machen. Und Ärger ist nur noch eine ferne Erinnerung. Ich bin mir selbst ein guter Freund und ein idealer Partner. Lebe ständig im Jetzt und in der Wahrnehmung. Ich beherrsche die Kunst des Alleinseins. Ich lebe ständig in heiterer Gelassenheit. Erkenne Gott in jedem, der mir begegnet. Aber auch in mir selbst und lebe bewusst in meiner eigenen, natürlichen Vollkommenheit. und in meinem vollkommen gesunden, ewig jungen, wahren Lichtkörper, in dem ich ohnehin ständig lebe. Ich atme ständig bewusst auch Licht und werde so mit jedem Atemzug immer lichtvoller. Im Spiegel der Lebensumstände sehe ich, was noch zu tun ist und verursache bewusst kein Karma mehr. Lebe bewusst als Unsterblicher, der ich ja bin. Ich bin ständig online, eins mit dem einen Sein. Lebe und handle so ständig im Mastermind. Ich finde einen weisen Umgang für alles und lasse alles los, was das Leben nicht besser macht. Vor allem verursache ich nicht mehr unbewusst eine negative Zukunft. Es gibt keinen Streit, keine Kritik. Und ich mache ständig Wortgeschenke. Ich zelebriere jeden Augenblick meines Lebens und genieße bewusst das Spiel des Lebens. Durch Lichtatmung aktiviere ich mein Superimmunsystem und mein Regenerationsgen und mein Regenerationsgen und mache aus meinem Leben ein Meisterwerk. In der Wahrnehmung erkenne ich die Antwort auf jede Frage, die richtige Entscheidung und die Lösung für jede Aufgabe und vor allem erkenne ich, wie es ausgeht, bevor ich überhaupt beginne und mache so aus jedem Vorhaben einen vollen Erfolg. Ich frage mich vielleicht nur noch, warum erst jetzt? Ich bin endlich bei mir selbst angekommen. Ich verstehe die Sprache des Lebens und die Botschaft meines Körpers und lebe bewusst in der Faszination des Alltäglichen. Lebe bewusst als das Eine Sein und bin dankbar. Lebe bewusst als das eine Sein und die Botschaft meines Körpers und die Botschaft meines Körpers. Lebe bewusst als das eine Sein und die Botschaft meines Körpers. Körpers zum Leben aus der Faszination des Alltäglichen. Lebe bewusst als das eine Sein und die Botschaft meines Körpers. Ich war das ein, was ich verstehe die Botschaft meines Körpers. Untertitelung des ZDF, 2020